Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, mit der Art und Weise, vor allem mit der meine Mannschaft trainiert, obwohl es noch so lange Zeit hin ist. Da nehme ich meine Mannschaft im Training sehr konzentriert und sehr leidenschaftlich und auch schon sehr intensiv war. Und dabei ist sie wirklich mit viel Freude bei der Sache. Also wir können morgen Bundesliga spielen mit unserem Kader, problemlos und können auf jeder Position auch nochmal nachlegen. Auch problemlos, deshalb ist es eine komfortable Situation und da waren wir uns immer bewusst. Es gibt ein paar Spieler, deren Perspektiven sehr schwer sind und nicht einfach sind, aber wir haben niemanden aktiv hinweg geschickt, weil jeder gültige Verträge hat. Und deshalb wissen die Spieler über ihre Perspektiven bescheiden. Wenn die nicht so gut sind, dann sind die auch gewillt, die zu verbessern beim anderen Verein. Den werden wir auch unterstützen. Ja, grundsätzlich haben wir jemanden gesucht noch, einen Spezialisten, einen Linksfuß für die linke Verteidigerposition. Der grundsätzlich mal viel von dem verkörpert, was unsere Basistugenden sind. Das heißt, gutes Kopfballspiel auch für einen Außenverteidiger. Er kann auch Innenverteidiger spielen und eine Grundaggressivität. Ja, dafür werden wir uns diskutieren. Wir machen es Frage. Untertitelung des ZDF, 2020